Und zum Schluss eine kurze Demonstration der WebSocket-Funktionalität unserer Feedback-App ArsNova. Ich habe hier zwei verschiedene Browser geöffnet, in denen ArsNova in der Rolle Zuhörer, unterschiedliche Zuhörer angezeigt werden. Wir sehen, dass einiges los. Das sind nicht aktuell MOOC-Teilnehmer, sondern ich habe mir da einen Helfer geholt, und zwar Apache JMeter. Ein Last- und Performance-Tool, das wir schon in WebEngineering 1 kennengelernt haben. Sie sehen, dass hier virtuelle User erzeugt werden, die gleichzeitig in unterschiedlichen Rollen und in unterschiedlicher Aktion unterwegs sind. Und das erzeugt die Hintergrundlast, die wir hier an den Balken erkennen. Nun, wo könnte man das WebSocket-Verhalten sehen? Dass die Balken alle synchron aktualisiert werden, ist erstmal nur AJAX geschuldet, also XML-HTTP-Requests an das Backend, um die Anfragen abzusetzen bezüglich der aktiven Feedback-Stimmen hier. Wenn wir jetzt in einen Browser reingehen, werden Sie sehen, dass, sobald ich auf einen Smiley klicke, dieser um eins inkrementiert wird, also das Feedback von diesem Smiley, und dass das in allen Fenstern passiert. Ja, hätte ich zwei Mäuse, hätte ich das vielleicht in beiden Fenstern machen können, Scherz. Aber Sie sehen, es reagiert in Echtzeit. Im anderen Fenster das Gleiche. Und im Hintergrund agieren ja meine virtuellen User vom Apache J-Meter. Wir kamen bei Asnova zu der Überzeugung, eine WebSocket-Verbindung aufbauen zu müssen, in einer Live-Session mit rund zehn Entwicklern oder Studierenden, die in herkömmlicher Technik ein Feedback-System nutzten und feststellten, dass sie nicht das Gefühl hatten, wenn sie Feedback geben, dass dieses Feedback gezählt wird, weil es immer mit Pawling, Long-Pawling eine gewisse Verzögerung gab. Aufgrund der Auslastung des Netzes, der WLAN-Kapazität, des Access-Points, konnten wir ja nur alle paar Minuten letztendlich Pawlen. Und so, dass, wenn ich hier draufklicke, ich eigentlich keine Reaktion davon gesehen habe. So, das ist ein sehr unbefriedigendes User-Erlebnis, also User-Experience, so dass wir über neue Techniken uns Gedanken gemacht haben. Und das war die Zeit, als WebSocket aufkam, also vor wenigen Jahren, und Google vorpreschte mit Realisierung in Google Chrome und Firefox-Nachzug und Safari und in allen heutigen Browsern wird WebSocket unterstützt.